Branker und Renton-Shakes 10 Alltägliche Situationen mit Helium Frauen abchecken Hey, Digga, hast du gesehen? Was hast du gesehen? Hast du die geile Tussi gerade gesehen? Boah, ey, geil Frauen abchecken mit Helium Boah, was ist der Geil? Boah, was ist der Geil? Wo ist der Geil? Wo ist der Geil? Flirten Hey Baby, ich find dich voll süß und wollte dich fragen, ob du Lust hast, mit mir den Armen zu verbringen Flirten mit Helium Ey, ich find dich voll geil Willst du mit mir gehen und ein bisschen Rambazamba machen? Du geile Schau Sex aufm Klo Ah, was so geil Ah Sex aufm Klo mit Helium Aua Baby, Aua Baby Who's the Daddy, Who's the Daddy Jetzt geh ich dir richtig, da hast du Kontakt Juhuuu Bist du jetzt etwa schon fertig? Ja Ist das jetzt dein Ernst? Frau beim Wichsen Frau beim Wichsen Mit Helium Angie, was machst du da? Hast du noch nie eine Frau beim Fappen gesehen? Und die mit dem